Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zum Test der Black Cobra und das sind Reibkopfböller, die sind dieses Jahr neu auf den Markt gekommen bin ich mal gespannt wie die so sind, boah das sind ja richtig viele die erinnern an diesen Megatresk Polenböller, vielleicht kennt ihr die und ja dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal ein paar raus Rote Bengalstab ja, für die Größe sind echt laut die Dinger den hat es nicht so zerlegt manche sind echt so richtig dumm der auch wieder so richtig dumpf, also das gefällt mir und ja Leute, also die sind ganz geil, ich glaube 13,99 oder so kostet diese Packung und hier sind, soweit ich weiß 50 Stück die sind da jetzt drin man steht hier einfach nicht naja egal Leute, ich denke mal so 50 oder 100 Stück, ich kann es gerade irgendwie nicht einschätzen können auch 100 sein und von daher finde ich den Preis eigentlich richtig gut kann man sich kaufen, würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video, haut rein und ciao Leute auf 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 auf